Jetzt noch Walzen. Hier gibt es Saltkartoffeln, die Erde ist gegruppert, die Erde ist trocken, die Knollen werden hart. Hier richtig hart ausgetrocknet. Das ist nicht gut, bringt man dann nicht mehr rein genug und beim Kartoffelroben hat man grosse Probleme. Darum habe ich hier die Packerwalze hinten, die meines Kollegen und vorne meine Rismenwalze, also das Walzen im Doppelpack, mache ich da das Fell, walze ich da schnell, damit es da nicht mehr austrocknet. Das ist hier eine ziemlich lärmige Sache. Eine Walze hinten, wo ist sie, ich kann sie nicht. Und die Rismenwalze vorne, die macht extrem Lärm. Sie öffnen dann mal die Türe. Gut, kann man da die Kabinentüre schliessen, bei diesem Sau-Lärm. Machen 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 Machen